Entschuldigung! Haltet Sie! Weg! Komm zurück! Haltet Sie! Enola, komm zurück! Erstmal sollte ich was erklären. Mein Name ist Enola Holmes. Ich habe eine Detektei gegründet. Was, wie alt? Du bist ein Mädchen. Eine Frage. Ja? Hab ihr Bruder vielleicht Zeit? Mein Bruder. Während ich nicht einen Fall habe, scheint sich Sherlock mit seinem derzeitigen zu quälen. Stimmt es, dass du vermisste Leute findest? Ja. Meine Schwester. Sie ist vor einer Woche verschwunden. Endlich darf ich unter meinem eigenen Namen arbeiten. Dem Namen Holmes würdig. Will ich es wissen? Sie ist Detektivin. Oh Gott, noch so eine. Ich will einem Mädchen das Leben retten. Und was können wir tun? Wir? Dreht er sich nochmal um? Oh, gut, er tut's nicht. Bist du in etwas Gefährliches verwickelt? Guten Tag. Man hat Enola Holmes nicht unter Kontrolle. Sie ist eine Naturgewalt. Du. Wieso bist du hier? Ist es dein Fall oder meiner? Beides. Anscheinend hängen unsere Fälle zusammen. Gehen wir's an? Kachur. Stop. Tould ich nur noch? Wieso? Du bist ein einer? Wieso? Wieso ist das? Dissert